Der Kärcher K7 Premium. Das herausragende Merkmal dieses Geräts ist die Smart-Control-Technologie, welche es ermöglicht, die Reinigungsintensität entweder direkt am eingebauten Display der Reinigungspistole oder über eine Smartphone-App nach persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Kompatibilität mit der Kärcher Home & Garden App. Darüber hinaus ist das HomeKit inklusive, das eine Reihe von Zubehörteilen bereithält. Wie erwartet zeigt der Kärcher K7 Premium eine einwandfreie Verarbeitungsqualität. Das robuste Gehäuse ist aus hartem, langlebigem Kunststoff gefertigt und für die Wasseranschlüsse wird korrosionsresistentes Messing verwendet, was eine lange Lebensdauer des Hochdruckreinigers verspricht. Für den K7 Premium ist keine Erstinstallation nötig. Man muss nur die Reinigungspistole mit dem schon montierten Druckschlauch verbinden, das Stromkabel einstecken und die Wasserversorgung herstellen. Dafür einfach einen Wasserschlauch an den Wasserhahn anschließen oder in einen offenen Wasserbehälter legen und der Hochdruckreiniger ist betriebsbereit. Zu beachten ist allerdings, dass ein Wasserschlauch nicht im Lieferumfang enthalten ist. Es passen alle Schläuche mit einem halben Zollanschluss. Trotz seiner stattlichen Größe lässt sich der Kärcher K7 Premium dank seiner eingebauten Rollen und des ausziehbaren Teleskopgriffs leicht transportieren. Als sehr nützlich erweist sich der 10 Meter lange Hochdruckschlauch, der dem Benutzer auch bei abgestellten Gerät viel Bewegungsfreiheit lässt. Die integrierte Kabeltrommel sorgt für eine einfache Handhabung des langen Druckschlauchs. Das Anbringen der Düsen über die Quick-Connect-Schnellverbindung klappt reibungslos. Als Spitzenmodell setzt der K7 Premium Smart Control Home in Sachen Qualität, Reinigungsleistung und Bedienkomfort Maßstäbe. Mit einer maximalen Pumpleistung von 180 Bar liefert er überragende Reinigungsergebnisse. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.